Wo gehen Sie hin? Ich gehe einfach. Dann bleiben Sie und arbeiten für mich. Sie können jederzeit wieder gehen. Ja, genau. Ich werde Sie nichts fragen und ich werde auch nicht über mich reden. Okay, abgemacht. Nur eine Frage. Wie heißen Sie? Das ist jetzt dein Zimmer. Heute war ein schöner Tag. Das ist wirklich sehr gut. Und jetzt mach, dass es aufhört. Du bist einfach nicht der Typ dafür. Du kennst mich nicht.